wie er sich jetzt freuen wird ja der wird sich jetzt ich denke der wird jetzt bestimmt sagen da war der im tour der sandsturm nervt ich sehe auch kein laufen nichts heftig ich habe schon das gefühl dass ich tausendmal um die map bin der kromix ist mehr der läuft und ich weiß nicht wo der ist auf dem turm kann das sein in der mitte der hatte hey wake up stupst mich irgendwann an die tarnung wir schreiben irgendwas mit tarnung grad und sowas halt diese helle kleidung in den sandsturm sieht man die nicht so natürlich möglich ne ob kann es sein dass sie sich im sand vom verstecken dann sturm verstecken modi ja ja Ah. Ich seh hier keinen. Echt nicht. Man kann mich blind nennen. So, jetzt haben sie noch einschossen. Dann kommt der Gleiter Nächste wieder und er schießt mich. Ja, wahrscheinlich. Ich muss die Position schnell wechseln, wenn er dich gesehen hat. Oh, fuck. Ist klar. Hä? Ey, wie hält der so viel aus? Ey, das ist doch unfassbar. Das Spiel ist scheiße. Scopes sind wirklich scheiße in dem Spiel. Tut mir leid. Wenn er an der Bildschirme aussieht, äh, gar nichts mehr. Die sind bei uns, Ingmar, äh, äh, Mordi. Die hocken bei uns. Lauf schnell weg. Ingmar läuft jetzt weg. Der ist hinterm Stein. Ey, das ist doch unfassbar, ey. Die waschen nur noch mit Maschinenwerbe, habe ich das Gefühl. Die können kann ich auch. Und den Sandsturm nutzen, jetzt nutze ich dann auch mal den Sandsturm. Hast du geschossen? Ja. Also, ist klar. Das ist doch unfassbar. Oh. 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 ich hab das Gefühl die waschen nur noch beide doch die stn laufen durch und warten bis einer kommt weil die kommt immer von hinten bei mir komischerweise wenn ich sterbe leid da 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 ich bin noch nicht so blind echt da 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 Ach, der erste Schnaiperschuss, Schnaiperschuss mal. Ey, die sind... Das Problem ist, auf den Turm hochzuklettern, ist immer die Gefahr, weil im Turm rechnet immer einer damit. Ich gucke auch gerne mal auf den Turm hoch. Das ist das Problem. Da war auch gerade nämlich auf dem Turm. Ich kasse die mehr, weil ich einfach hier nichts sehe. Hier. Alter ey, ich kenne nichts sehen. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Ach. Schon wieder! Mordi, schießt du auf mich? Nein! Dann ist jemand bei dir beim Turm. beim Turm schießt jemand auf mich ja am Turm, unten Turm ja Chromax ist da beim Turm äh, unten und ich hab den kein bisschen getroffen weil ich irgendwie nicht einatmen konnte das ist ja scheiße ich konnte nicht einatmen fuck ey ey, ich raste aus bei diesem Spiel ey ja klar, ich hab auch Dolby aber irgendwie höre ich hier gar nichts gerade Mann, ey, ihn mal wo versteckt der sich immer, ey ey, das ist doch die sind immer bei mir in der Nähe ja, ich höre eigentlich auch wenn ich Counter-Strike spiele höre ich auch sag mal jeden Step da drin wo die herkommen und aus welcher Richtung nur irgendwie kriegst du bei diesem Spiel jetzt gerade nicht gebacken überhaupt irgendwas wahrzunehmen manchmal so das sind ja hier Dolby-Kopfhörer weil irgendwie krieg ich hier gar nichts denn ey von wo? ich weiß es nicht von den Klippen irgendwo die sind überall das ist krank ob die den Stream gucken würden und wissen wo ich stehe echt widerlich ne boxen spiele ich nicht weil dann hört man alles im Mikrofon und sowas halt hab ich keinen Bock drauf da hat sie Frosty grad mal jetzt ehrlich was ist das hier grad an ob die wissen würden wo ich bin immer ich weiß nicht wie kann Position wechseln und trotzdem sind sie da grad bin ich gespawnt und irgendwann wusste genau da ist ein Börger schießt auf mich Wartung da oben ist auch noch wo ich bin schießt auf mich und dann